Ein verräterisches Grinsen und viel Körperkontakt – so verliebt zeigen sich Lili Paul Roncalli und Dominic Thiem beim großen Preis von Österreich. Das Formel-1-Rennen wird bei diesen Turteltauben jedoch schnell zur Nebensache. Der Tennisstar und die Let's Dance-Gewinnerin scheinen nur Augen für sich zu haben. Es ist das erste Mal, dass sich Lili und Dominic als Paar in der Öffentlichkeit zeigen. Doch seine Beziehung zur schönen Zirkusartistin macht der 27-Jährige bereits im vergangenen Januar offiziell. Um die Gerüchteküche zu beenden, erklärt der Österreicher der Kronenzeitung sein Liebes-Outing. Lili und Dominic wollen ihre Beziehung aber weiterhin privat halten. Privat halten bedeutet aber nicht, ein Geheimnis aus ihrer Liebe zu machen. Eigentlich sollte Dominic aktuell in Wimbledon sein. Doch wegen einer Verletzung am Handgelenk muss der Tennisspieler eine 5-wöchige Pause einlegen. Die gemeinsame Zeit mit Lili ist da sicher ein schöner Trost. Die beiden scheinen sich beim Autorennen jedenfalls köstlich zu amüsieren. Ein breites Grinsen, hier ein Aneinanderrücken da. Die tiefen Gefühle, die das Paar füreinander hegt, sind nicht zu übersehen. Hoffentlich bekommen wir von den süßen Turteltauben in Zukunft noch mehr zu sehen. Örneinanderrücken